In jeder Generation gehen Menschen, gehen Menschen, gehen Menschen verloren. Manchmal sind es sogar ganze Generationen. Generation Lost und Generation X erwarten, 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 erwarten nichts. Generation Y startet oft mystisch ins neue Jahrtausend. Noch niemand war weit genug weg von den Twin Towers. Niemand kam noch mal davon. Und jetzt wappnen sie sich mit mehreren Millionen Diplomen im Zeitalter der Über- und Pseudo-Informationen. Fühlen wir uns ständig überreizt. Und wagen wir es zu arbeiten, werden wir sofort verheizt. Und nichts zu tun ist unsere Rebellion. Nichts schwer zu springen, meine Generation. Rückzug ist meine letzte Passion. Ausloggen, vielleicht bleibst du ja verschont. Ich verfürchte, du bleibst nicht verschont. Entweder Generation X noch Y. Genau zwischen Ende und Neuanfang. Pessimist und Optimist zugleich. Schneide ich mir selber gern ins Fleisch. Einen Schritt vor und einen Schritt zurück. Auf keinen Weg zum Glück. Doch wir konnten uns nie entscheiden. Und haben andere immer beneidet. Doch wir wollten nie dazugehören. Denn wir gehörten nie dazu. Und nichts zu tun ist unsere Rebellion. Nichts schwer zu springen, meine Generation. Rückzug ist meine letzte Passion. Ausloggen, vielleicht bleibst du ja verschont. Ich verfürchte, du bleibst nicht verschont. Wir werden nicht verschont von der Powerpoint-Präsentation. Werden verbrannt als Praktikant. Werden verhöhnt mit Nebenjob gedüst. Selbst vom Theaterstück unterdrückt. Wir werden nicht zurückgehen. Sag Halloo zur Depression. Denn du bist niemals allein. Mit der Erfolkskrankheit Nummer 1. Und unsere Eltern waren bereit. Uns zu versorgen, wir fühlten uns sogar zu sehr geborgen. Sie suchten das Glück in ihren Kindern, konnten ihr eigenes Unglück nicht verhindern. Doch wir haben aus ihren Fehlern gelernt und uns konsequent aus ihrem Leben entfernt. Was nützen die besten Voraussetzungen bei all den inneren Verletzungen? Was bleibt uns übrig? Wir haben die freie Wahl nach außen hin. Doch in uns selbst sehen wir keinen Sinn und wir fragen, fragen uns ständig. Jetzt wisst ihr, warum es so abgedroschen klingt? Wo ist der Sinn? Wohin? Ich glaub, wir spinnen. Und nichts zu tun ist unsere Rebellion. Nichts fertig bringen, meine Generation. Rückzug ist meine letzte Passion. Auslocken, vielleicht bleibst du ja verschont. Ich befürchte, du bleibst nicht verschont. Wir werden nicht verschont. Und es tut mir leid. Wir sind alle krank. Wer hat seine Therapie gemacht? Wieder alle Tassen im Schrank. Mit 16 hat ich sie verloren. Und mit 30, mit 30, mit 30 hat man noch Träume. Mit 30 bin ich wieder geboren. Und nichts zu tun war unsere Rebellion. Nichts fertig bringen, meine Generation. Rückzug. Ich hab mich selber verschont. Und es fing schon mit drei beim Kinderton an. Sie sagten, spring vom Balken. Diese Disziplin ist deine Pflicht. Ich dachte scheiß drauf und sagte, brauch ich nicht. Das ist meine蓋. Nein, ich bin alle constraints. Und alle Katze. Was lief? Wir sind allekommen, das wissen alle electrode, Wir sind alleuely mit observeern aus München. Vielen Dank.